So, mal sehen ob ich das essen will, ansonsten wird das Video gestoppt, hier ist ein bisschen Butter und Fleisch, ein bisschen Viehfleisch, mein Jutta, aber sieht aus wie ein Döner, oh, es wird getoastet, hä? Wer dachte auch, dass dieses Toaster riesig ist, auf einmal ist es voll klein irgendwie, oder auch ein bisschen Käse, bisschen Salz, Pfeffer, so schmeckt es besser, okay, es wird nochmal getoastet, alter, einfach so ein Mini-Toaster zu mitnehmen, dann kann man Leute erschlagen und toasten, einfach zwei Sachen mit zu einem Preis, Oha, ist doch ein riesen Toaster, riesen Toast, mäßig, danach bist du aber komplett satt, ja man, würde ich probieren, safe, safe, safe